Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Final Fantasy. Ich habe meine Miragen alle ein bisschen aufgebessert, habe die ganzen Punkte verteilt, weil wir haben die schon bis Level 5 oder 6 alle hochgepusht, damit sie einfach ein bisschen stärker sind. So, wir müssen jetzt die Goblins immer noch besiegen, haben schon zwei der Behemoth-Soldaten fertig gemacht, aber den Ober-Guru haben wir noch nicht erwischt. Da drüben haben wir den Soldaten überhaupt angesprochen? Ein ETA erhalten. Dankeschön. Na, Gott sei Dank bin ich nochmal zurückgelaufen. Okay, super. Das macht er mit Absicht, oder? Ich möchte unbedingt den Baby-Mod haben und immer muss der den natürlich mitbringen. Wir können eine neue Attacke rot sein. Wir machen aber unsere altbewährte Methode. Und ich habe... Tama hat jetzt Rita gelernt. Jetzt kann ich meine Gruppenmitglieder heilen, ohne Heiltränke zu benutzen. Das werden wir auch mal ganz kurz machen. Abrakadabra. So, jetzt können nämlich beide angreifen. Und Volltreffer. Ja, super. Und auf Wiedersehen. Und wir haben keine Schläge kassiert. So muss es laufen. Ja, ein paar Leute wurden aufgestuft. Wir haben ein bisschen Geld erhalten. Weiter geht's. So, wir haben... Wir speichern. So, da sind wir wieder. Wir haben wieder unsere Lebenspunkte und unsere AP-Punkte vollständig aufgefüllt. Immer wenn man durch diesen Speicherkristall läuft, dann funktioniert das. Hier ist eine Kiste. Drei Heiltränke haben wir bekommen. Hier hinten ist nichts mehr. Und... Drei von diesen Wolken. Super. Schau, Schau. Tja! Augen撃ropfen haben wir von denen bekommen. So sammelt man auch sein Zert. Dann muss ich wenigstens nicht einkaufen gehen. Da unten ist wirklich die Prinzessin. Das war knapp. Das war knapp. No! Okay, der Hauptmann ist digitiert. Bist du sicher? Ja. Die Legenden von Cornelia erzählen von anderen wie dich. Sieg nicht mit großem Macht in ihren Hörten. Sieg von Licht. Du bist ein Medium. Sieg mit dem Potenzial zu werden, um den Champion zu werden. Wait, ein Medium? Ein Champion? Die Champion sind in kritischen Momenten in Zeit, in denen sie in Wunderschön auf ihre Wunderschönes Macht erwarten. Die Kandidaten, die diese Licht in ihnen schlagen, sind die Kraft. Wir nennen sie Mediums. Die Wunderschöne von Licht, natürlich, sind die Gäste der Cornelien, aber die Mediums für andere Championen können immer noch in der Grimoire finden. Wunderschön. Also bin ich wirklich einer von ihnen? Ja. Das ist kein Fehler. Wunderschön. Ich denke, die Licht, die Lahn und Räume sahen, war eine Art Revelle. Wie ich schlafen meine ganze Leben, und endlich... wunderschön. Wunderschöne von Licht. Oh nein. Ja, Mann. Bitte zurück, Prinzessara. Der Mann muss sein Boss sein. Lahn, sieht man als Soldiers aus. Keine Gehrein. Rain, ich bin schockt. Ich bin nicht auf die Leute weniger als ich. Ich musste nur aufpassen. Los geht's, Lahn! Ja! Das Ding ist der Massive! Geräusch? Was haben sie ihm eigentlich? Ah, vielleicht können wir das noch mal ein paar Mal machen. Was denkst du? Oh nein, unser Stapel hat sich aufgelöst. Super! Die sind betäubt. Ganz klasse! Was machen wir jetzt? Helfen kann ich Rain im Moment nicht. Wir versuchen mal einfach anzugreifen. Mehr kann ich gerade nicht machen. Oh, Shadow! Wir müssen unbedingt den Stapel wieder bilden, genau. Fügt ein Gegner mit magischem Feuer Schaden zu. Stürzkraft Mittel. Ich mach lieber Kreuzprügel, weil die Volltrefferquote hoch ist. Und ja, das hat super funktioniert. Ich wollte den Volltreffer mahnen. Genau! Diese Lahn schafft es ohne den... ...Effekt hier. So, der Bahamut ist halt halt ins Gras gebissen. Jetzt müssen wir uns noch um den Großen kümmern. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich lieber Rain noch heilen sollte. Mit Vita. Und langsam sollte ich das wirklich machen. So, erstmal heilen. Wir wollen kein Risiko eingehen. Natürlich verfehlig, war ja klar. Jetzt wollen wir uns gerade mal brauchen. Warum gehst du eigentlich immer auf Rain? Hast du irgendwas gegen sie? So, wir probieren mal Rotzahn aus. War jetzt nicht so spektakulär. Stein ist nicht wirksam gegen den... ...Feuer wollte ich jetzt irgendwie nicht ausprobieren. Goblins Überflag. Toll. Vielleicht sollte ich nochmal Brotes schmeißen, aber ich glaube ich... ...Benutzt Land jetzt erstmal lieber zum Heilen. Hypnose bringt uns auch nichts, weil sobald wir das Vieh angreifen, wacht das ja wieder auf. So, erstmal heilen. Und dann angreifen. Einfach truff. Irgendwann geht er schon in die Knie. Natürlich nicht, wenn ich verfehle. Mensch. Boah, 120. Das hat jetzt echt weh getan. Wir machen aber auch schon einen schick Schaden. Ich halte wieder Rain. Abracadabra ist echt süß. Wir probieren es nochmal mit Rotzahn. Vielleicht kriegen wir doch mehr Schaden raus. Ja, 246 ist schon was anderes als das 186. Wobei Lan echt guten Schaden macht. Auch ohne Special-Attacken hier. Komm mal Rotzahn, komm schon. Ja, läuft doch. Und jetzt nochmal du Lan. Perfekt. Super. Wenigstens einen Volltreffer. Gucken wir mit Rain. Wir steigen. Tamalan, Rain, Shadow. Super. Mega-Phoenix, Alma-Kristall und Phoenix-Feder. Ich würd sagen, das war's aber erstmal. Denn für den Part. Wir gucken noch schnell uns die Zwischensequenz an. Was? Nein. Die Soldaten sind Menschen, die versuchen zu werden, um die Architekten zu sein, um die Federations-Elite zu sein. Was... passiert mit ihm? Ja, das ist richtig. Sie sind hier. Wie viele Jahre haben wir gelesen? Ein paar. Wie viele sind die Gefühle hier? Aber... Die Zeit für uns hat die Wunschung geschlossen. Siegwaredes. Ja, was ist das? Sie können beginnen. Ich glaube, Sie haben alle Begriffe gemacht. Oh, ich kann Ihnen allen sagen. Dann gehen Sie mit dir. Wir haben eine Prophecy zu erfüllen. Ja. Lass uns in eine neue Zeit der Geschichte hinlegen. Okay... Das war's aber für das Erste. Wenn du Miragen stapelst, die eine Fertigkeit der gleichen Elementzugehörigkeit beherrschen, kann dein Stapel Zugang zu einer stärkeren Variante der Fähigkeit erhalten. Stapelst du zum Beispiel Miragen mit den Fertigkeiten Feuer, Feuer und Feurer, kann der Stapel wie die Zauberhand Folge einsetzen. Jawohl. Tamas Fuchsfeuer ist übrigens auch ein Angriff mit der Elementzugehörigkeit Feuer. Wenn du Miragen stapelst, die physische Angriffe beherrschen, können sich deine Miragen zu einem mächtigen Angriff wie zum Beispiel Kreuz, Prügel zusammenschließen. Jawohl. Es gibt viele verschiedene Kombinationen, also probiere einfach ein wenig herum und lass dich überraschen. Einige Miragen in L-Größe können einzigartige Fertigkeiten einsetzen. Rain ist keine Mirage, aber das Prinzip ist das gleiche. Nur in L-Größe kann sie die Fertigkeit Element Synergie einsetzen. Ich will auch eine einzigartige Fähigkeit lernen. Jawohl. Tut mir leid, Tamas, aber du bist nicht groß genug. Das Element Synergie war das mit dem Schattendolch. Wir speichern! Tschau! Nevermind, I figured it was her. Okay, jetzt aber wirklich. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschau!